Einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer Odin und ich hab noch was von Lumsing und zwar ein USB-C auf 3-Port. So steht es hier drauf. Es ist ein USB-Verteiler. Den packen wir jetzt aus. Da wird auch nur ganz kurz das Unboxing, weil da wird nicht viel drin sein. Da ist das drin. Kein Heft, kein gar nichts. Also ist leer. Die können wir wegschmeißen. Und das war doch schon. Also so kurz kann ein Unboxing sein. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im Hardware-Video und bis dahin Ahoi. Sagt euer Odin. Bis zum nächsten Mal.